Willkommen, schön, dass du da bist. Heute ist das Hollow Halls Update von Entschraudet rausgekommen. Und das ist ein großes Update, muss ich euch sagen. Das hat wirklich, wirklich viele Dinge, die dort geschehen sind, die dort verändert wurden. Und es bringt uns eben diese Hollow Halls, die erloschenen Hallen wird es auf Deutsch genannt. Und diese erloschenen Hallen findest du in jedem Biom eine solche Halle. Und in diesen neuen Dungeons gibt es eben natürlich neue Herausforderungen, neue Gegner, vermutlich auch alte Gegner. Ich habe nur so einen kleinen Blick mal hier reingeworfen in die Hollow Halls. Und ja, spannende Belohnungen sind angekündigt worden. Das muss man sich dann natürlich nochmal ganz in Ruhe angucken. Insgesamt haben sie auch neue Feinde ins Spiel gebracht, die sich im Shroud finden werden. Und sie haben neue Quests verteilt auf der Karte. Und um diese Quests zu finden, musst du als erstes mal oder sollst du als erstes mal mit dem Alchemisten sprechen. Außerdem wird es einen neuen Überlebenden geben, den du irgendwann in diesen Hollow Halls entdecken kannst. In diesen erloschenen Hallen. Jeder der NPCs hat jetzt auch ein bisschen zu diesen neuen Quests zu sagen. Aber wie gesagt, der Questgeber ist der Alchemist. Emily, die Bäuerin, die kann jetzt Topfpflanzen für uns herstellen. Jawohl! Und zwar eine ganze Reihe verschiedener Topfpflanzen. Was sie dafür benötigt, ist ein Ofen. Also wenn ihr einen Ofen in der Nähe habt oder wenn sie einen Ofen in der Nähe hat, dann kann sie für euch diese Dinge herstellen. Da wäre eben einmal die Blumentöpfe, die sie herstellen kann. In verschiedensten Größen und Formen und Farben und dann kleine Blumentöpfe, große, dann lange Blumentöpfe für Fensterbänke. Und sie kann jetzt auch die Blumenerde herstellen und damit bekommt der Honig auch noch eine ganz neue Funktion hier wieder. In unseren Anzuchtbeeten können wir jetzt andere Bäume herstellen. So, ja, gefühlt jetzt eigentlich jeden Baum, den es auch hier im Land gibt. Wir haben den Düsterdickicht-Grünblattsetzling, Düsterdickicht-Rotblattsetzling, Nomadenanhöhlen, Breitersetzling und, was ich besonders feiere, den Jucca-Palmensetzling. Erstens wegen der Jucca-Früchte, die ja gerade im späteren Spiel ganz wichtig sind. Und zweitens auch wegen des Palmholzes, das man hoffentlich dann auch daraus bekommt. Der Schreiner und der Schmied und, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, auch der Alchemist, können jetzt auch neue Sachen herstellen, wie zum Beispiel hier diese kleinen Feuerstellen. Die gibt es jetzt eben hier beim Schmied, gibt es die aber auch in einer anderen Form dann natürlich. Und dann Dinge, die so eher Richtung Deko gehen. Hier gibt es ein neues Eisengitterrost. Dann haben wir die neuen Rundenfenster. Die können wir immer entsprechend dem Bausatz jetzt zusätzlich eben herstellen. Genau das Gleiche gilt für Türen. Und hier haben wir dann das Zeugs. Und jeder dieser drei hat irgendwie so Zeugs bekommen, also Deko-Gegenstände, die sie herstellen können. In der Werkbank hat sich soweit nichts geändert, außer dass wir jetzt in jeder Werkbank direkten Zugriff auf die magischen Truen haben. Aber hier an sich sind jetzt keine, erstmal sind keine neuen Baublöcke hinzugekommen. Ich bin hier gerade am Zählen, aber das sind immer noch 31. Und vielleicht finden wir noch bei den neuen Quests etwas Neues dazu. Und hier gibt es natürlich dann auch die einfachen runden Fenster für, ja, für schönere Häuser. Die Jägerin kann jetzt neue Pfeile, Pfeilarten herstellen. Und das seht ihr jetzt gleich dann hier im Bild. Hier sind die neuen Pfeilarten. Insgesamt haben sie aber auch geschrieben, dass sie viele Waffen hinzugefügt haben. Die muss man jetzt natürlich dann erstmal finden in der Welt. Offensichtlich gab es ein Problem damit, dass manchmal zu viele Pfeile benutzt wurden. Und das haben sie offensichtlich auch gefixt, dass jetzt immer die, eben nicht allzu viele Pfeile benutzt werden, wenn man mit Spezialpfeilen schießt. Es gibt einen neuen Überlebenden, den wir finden können. Also meine Vermutung wäre jetzt, wir folgen der Quest des Alchemisten und kommen dann irgendwann in einer dieser Hallen oder so auf die, die oder den neuen Überlebenden. Sie haben geschrieben, dass sie ihr Würzburg komplett überarbeitet haben und genau wie in diesen erloschenen Hallen schweben hier jetzt auch überall solche Bauelemente in der Luft, habe ich gesehen. Also ich habe es jetzt nicht im Detail erkundet, sondern bin nur einmal kurz hier gewesen, habe mich mal ganz kurz umgeguckt. Und dabei fällt mir natürlich ein, dass vor ein paar Tagen jemand von euch geschrieben hatte in den Kommentaren, dass sie gerade, er oder sie gerade hier das Ganze, die ganze Stadt renovieren. Das ist natürlich richtig, richtig ärgerlich, ja. Also ich fürchte mal, dass diese Renovierungsarbeiten werden jetzt weg sein. Vermutlich, aber würde mich mal interessieren, weil hier war ja dann ganz sicher ein Flammenaltar aufgebaut, ob das nach dem Update eben alles weg war oder ob du weiterbauen konntest. Ja, wir können sitzen auf Stühlen, auf Bänken, auf Thronen und auf Toiletten. Wobei Thron, was fällt mir zu Thron ein? Bisher glaube ich noch gar nicht. Ganz wichtig, wir können jetzt auch in unseren Handwerksstationen den Inhalt der magischen Thron benutzen. Schauen wir hier gerade mal. Die Werkbank. Und hier habe ich jetzt Zugriff auf all die Dinge, die in meinen Thronen hier lagern. Kann die entsprechend herstellen. Ja, sehr schön. Ja, ich bin gerade mitten im großen Umzugumbau. So, wir haben eine bessere Möglichkeit jetzt zum Teilen. Stapel teilen, Stapel teilen, hat jetzt einen Schieberegler. Yay. Es gibt ja ein anderes Spiel, das ich spiele. Da ist dieser Schiebemechanismus leider gerade verschwunden. Eigenartigerweise. So, das heißt, ich kann einen Stapel hier sehr viel einfacher und genauer teilen. Und ihr könnt Gegenstände wie Bandagen in Stapelverarbeitung herstellen. Ihr könnt jetzt einfacher Gegenstände an andere Spieler versenden. Gut, das habe ich jetzt nicht ausprobiert, weil ich es alleine spiele. Und wenn dann der Rucksack des Empfängers voll ist, dann erhaltet ihr eine Warnmeldung. Ihr könnt jetzt die Tasten zum Springen oder zum Gleiten auch variabel belegen. Also ihr könntet zum Beispiel anstelle der Leertaste hier die Steuerungstaste schlagen sie vor belegen. Ich finde das aber ganz praktisch mit der Leertaste beim Springen und Fliegen. Es gab ja diesen Trick, dass einige herausgefunden haben, wie man beim Fliegen sozusagen länger fliegen kann, indem man zwischendurch praktisch aufhört zu fliegen und dann weiter fliegt. Dieses Problem haben sie rausgenommen und haben uns gesagt, wir sind nicht Jonathan Livingston's Seagull. Also das geht jetzt nicht mehr, dieser kleine Sheet, den es da gab. Einige Angriffe haben sie verbessert, sodass sie funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Ja, sie haben Veränderungen an den Waffen vorgenommen. Zum Beispiel auch, dass bestimmte Waffen nicht so schnell sich abnutzen. Dann der, ich weiß jetzt nicht, wie er auf Deutsch heißt, dieser fliegende Gegner Sickles, der manchmal in der Wand stecken geblieben ist, was mir ehrlich gesagt damals auch mal das Leben schon gerettet hat, als ich ihn das erste Mal bekämpft habe. Das macht der leider nicht mehr, der bleibt nicht mehr in der Wand stecken. Feinde haben jetzt eine bessere Wegführung, finden ihren Weg besser durch Türrahmen und ähnliches. Feinde können jetzt Projektile von Zauberstäben blockieren. Okay, also es stehen auch so viele Sachen in dieser Liste, was sie geändert haben. Also erstens natürlich Fehler, die mir zum Beispiel überhaupt nicht aufgefallen sind oder mir nicht passiert sind im System. Aber hier steht jetzt zum Beispiel, das Spiel verbietet jetzt die Verwendung der Schnellreisefunktion beim Fallen. Okay, das habe ich überhaupt nicht gewusst, dass das geht. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen, aber das geht auch nicht mehr. Also sie haben eine unglaubliche Vielzahl an Änderungen vorgenommen, was sicherlich auch für einige ein Problem war und jetzt ganz interessant ist, es tritt kein Nebel mehr in Spielerbasen auf. Da hatten sich, glaube ich, einige beschwert. Und also sie haben eine Unmenge an Fehlern behoben, an Kleinigkeiten behoben. Ja, das sind, ich weiß nicht, 100 Punkte oder so, die dort geändert wurden. Also wirklich sehr, sehr viel. Oh, was ich jetzt noch ganz wichtig finde, das ist mir nämlich öfter mal aufgefallen, dass mich das gestört hat, wenn du baust und du hattest vorher den Bauhammer ausgewählt und hast ihn dann weggelegt, dann konntest du diese Rückgängig-Funktion über Z nicht nutzen. Und das geht jetzt. Also das finde ich zum Beispiel auch super. Ansonsten haben sie viele Änderungen am Charakter-Menü vorgenommen, wahrscheinlich hier. Sie haben gesagt, dass zum Beispiel Buffs besser erklärt werden und verständlicher dargestellt werden jetzt. Es gibt hier jetzt verbesserte Marker-Funktionen, sehe ich jetzt nicht. Ich sehe hier jetzt keine Verbesserung bei den Spielermarkern. Achso, man kann das jetzt praktisch einen Wegpunkt erstellen und einen Marker setzen, einen Wegpunkt setzen. Ja, aber das konnte ich ja vorher auch. Also da sehe ich jetzt keine großartige Veränderung. Also auf jeden Fall kann man jetzt hier nicht irgendwie den Marker einen anderen Namen geben oder so, sondern man kann ihn einfach nur erstellen. Ich glaube, es funktioniert ein bisschen anders, aber sonst sehe ich da keine Veränderung. Sie haben dann auch noch technische Verbesserungen gemacht, zum Beispiel, dass nicht immer wieder alle Spieldaten auf der Testplatte gepatcht werden, wenn ihr das Spiel aktualisiert. Jetzt werden nur die gepatchten Bereiche gespeichert. Sie haben auch wieder an Stabilität und Leistung Dinge verändert. Grafikunterstützung für Nvidia Reflex wurde hinzugefügt und, und, und. Also sehr, sehr viele auch technische Details, die hier geändert wurden. Es gibt auf jeden Fall viele, viele schöne neue Sachen, die wir ausprobieren können, die wir uns angucken können, mit denen wir spielen können natürlich. Und ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick geben in die Dinge, die da jetzt ab heute mit diesem Update neu sind. Und ja, ich sehe euch im nächsten Video. Macht's gut, bis dann, ciao.